hallo meine sehr verehrten damen und herren und willkommen zu einer weiteren folge subnautica below zero ja in der letzten folge haben wir ja das ganze die ersten dinger von der story abgeschlossen würde sagen wir tauchen jetzt einfach mal so ein bisschen hier durch denn der notfallplan hat also sagt dass wir eine sichere gegend aufsuchen müssen okay was ist das bist du böse oder nicht gibt es einen sauerstoff das ist natürlich cool also da gibt es sauerstoffpflanzen ja logisch weil die oberfläche ist ja zugefroren und das wäre ein bisschen blöd irgendwie wenn wir jetzt nicht luft holen könnten können wir da hoch oh ja da gibt es ein luftloch ja man luftloch auf jeden fall jetzt schauen wir mal wo wir hin müssen nämlich jetzt ja ich bin zurück gut wir müssen in die richtung ja da geht es weiter guck mal hier geht es in den offenen ozean so wie es ausschaut oder ins riff oder sowas cool okay können wir da an land gehen eigentlich haben wir ja schon im anfangs screen gesehen die sind so niedlich ich finde diese putzig diese pinguin artigen wesen die sind so süß so also dann schau ich mal hier die kann ich einfach so nehmen danke kommt her bitte ich muss auch was essen aber ich weiß jetzt mal nicht wie ich irgendwas herstellen soll weil im ersten subnautica bisher mit zum rettungsschiff gestrandet aber hier hast du ja nicht wirklich ressourcen also okay hier haben wir unser rettungsschiff also unser das was wir im ersten teil auch hatten okay also sie hat gesagt ja wir sind jetzt zu gestrandet quasi die basis untergegangen und wir brauchen jetzt ein bisschen unterschlupf und die hat uns jetzt so ein tolles ding gesendet wo wir jetzt hoffentlich mal ein paar dinger finden soll ich schau mal kann ob es euch getan nein ich will es nicht verließen ich will das essen kann ich das essen ja kann ich meins ok ob sie so wo ist ja schon untergegangen ok vorne haben wir unser unsere erst unseren ersten unterschlupf ist ja so schön markiert gott sei dank gibt mir sonst fisch haben ich will so fisch haben gehe nicht da alles aber nur süße kapsel so wie komme ich da rein hier wo ist der unterschied wo ist der eingang hier oder jawohl so jetzt sind wir in der in unsere kleinen rettungskraft ok also sie haben gesagt es ist immer noch keine spur von von jeffrey und wir sollen uns mal verquippen was zu essen kraften und dann schauen wir weiter gut mal schauen was wir da so machen können equipment ok sauerstofftank ok waterproof locker ressources basic materials fiber mesh silicon rubber glass ok dann haben wir noch so ein paar electronics water ok da brauchen wir so blasen fische und ok 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 was können wir da noch machen tools ah scanner airblader was ist das in welchen chemical reaction produce slided in air gas for fast personal ok das ist natürlich nicht schlecht gut naja wir müssen uns mal equipen hat es geheißen und dazu brauchen wir wohl über oder übel mal ein paar ressourcen oder zunächst mal ein paar fische darf ich dich bitte fangen fisch komm her ja meins so da haben wir auch noch ein paar fischies bitte komm her danke noch einen oh was bist du oh quats lo geh also wir müssen zuerst mal ein bisschen herum schwöre komm her ja meins oh 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 ich muss nach oben Sauerstoff der Sauerstoff wieder aufgefüllt wir können wieder runter gehen da haben wir noch bisschen ob hab ich jetzt nein hab ich nicht okay gut ich würde sagen wir braten uns das mal schnell durch mit wieder volle nahrung haben weil das können wir jetzt machen soweit ich weiß genau den kann man machen tic 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 rt das kann man machen m ferro und zu ein kurischer nachmachen haben wir mal wieder ein bisschen estern da kann man auch das herstellen was können wir denn da herstellen add gas okay stammt man gelassert das würde wirklich brauchen keine ahnung aber es wird schon wichtig sein schützig so dann können wir das mal essen das essen das essen immer dieses escape von minecraft fischer und hier ja wohl so aber wir brauchen ja noch ein paar mehr ressourcen ich weiß gar nicht was wir jetzt erstes machen sollen aber es gibt auf jeden fall ein bisschen quatsch mal mehr blasenfisch bitte blase fisch habe ich auch gefangen so kann ich da irgendwas machen irgendwo müssen die oberfläche und wieder runter so kann ich da irgendwas sammeln vielleicht gibt mir das fisch gleich das schon irgendwie man kann da nichts machen ich glaube dazu bräuchte ich das messer kann ich da oh ja meins noch was ganz viel quatsch das nehmen wir auf jeden fall mal mit ich weiß noch nicht wozu wir das dann schlussendlich brauchen aber es wird schon irgendwo zu nützlich sein schnell wo ist die oberfläche da schnell komm komm bitte bitte nein 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 das war gerade noch halleluja das war close also das war schon sehr knapp was bist du ich will ich bitte oh man darf ich nicht schade cooles vieh also ich finde diese welt sehr schön die gefällt mir echt gut so gehen wir noch mal schnell zurück und schauen wir uns schon was neues herstellen können ok dann gehen wir heute in die oberfläche so und wieder runter das kann man mitnehmen so bis titan ist das glaube ich gut dann schauen wir mal wieder in unsere kleine base hin als finde ich hier finde ich ja lustig so aus als kugel so schauen wir uns wieder was herstellen ja können wir electronics können wir schon machen kupferkabel dann was können wir noch machen ja und glas ok was brauchen wir eigentlich für dieses silikon ok da brauchen wir so sieht klaster und für das messer brauchen wir da glaube ich so ein bisschen silikon so die fische kraft die nummer scheu durch kommen wir auch mal schnell und aus dem blase fisch machen wir wasser genau eine wasserflasche so tools da das messer da brauchen wir im museum silikon und dazu brauchen wir eben diese sieht klaster also das sollten wir mal suchen weil mit dem messer können wir dann wahrscheinlich wieder mehr dinge machen wir können das ja mal probieren so bitte sprinte ja danke was ist das denn was ist das das ist ein großer fisch was bist du denn für ein wesen der hat einfach ein loch in der mitte gut wir brauchen diese sieht klasse und die sollten ja an diesen pflanzen wachsen glaube ich ja oxygen also mit dem eis ist das ziemlich gefährlich weil ich schon fast nicht mehr hoch gekommen die fische schauen dir lustig aus haben wir einfach ein riesen loch in der mitte oh das schaut gut aus vielleicht kriege ich daher so sieht's oh ja 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 mit dir ja damit bitte bitte ich brauch so ja 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 meins 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 gut jetzt haben wir die sitz gefunden wir gehen noch mal schnell da kann ich da an land gehen nicht egal das war es dann auch schon wieder für diese folge wir haben einiges weitergebracht wir haben ein bisschen die wälde erkundet haben unsere erste unterkunft hier bekommen und wenn es euch gefallen hat das gerne ein like da wenn nichts mehr verpassen wollt lassen aber da aber ganz wichtig die glocke aktivieren denn sonst kriegt ihr keine benachrichtigungen wenn ich ein neues video hochlade und ich würde sagen bis zum nächsten mal macht's gut bis dann und ciao